Musik Danke. Gut. Wir können mit Teil 2 machen. Es kann viel besser. Dann kannst du es auch ein bisschen einbauen können in deinen Tränen oder wenn du nach dichten geflogen bist, dass du dich dann erinnert, dass es anders besser geht. Dann geben wir vier Bälle auf. Einen habe ich in der Hand. Und du weißt nicht, welcher kommt. Schnelle Entscheidungen treffen und schauen, welcher Ball zu geben. Und natürlich kein Luch. Und irgendwann einmal kommt dann der. Und der ist nämlich Schritte zum Marek. Schritte, Schritte. Perfekt. Ja. Super, Schritte, super. Auf. Ja. Ja, gut. Ja, Bobby, bravo. Bravo. Prost. Ja, Bobby. Geh mal. Ja, bravo. Hey. Ja. 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 Ja.